Mein Name ist Therese Charlotte-Hoppel und ich werde im Kirchenkreis am Stadt Ilmenau in den Entsindungsdienst gehen und bin als Pfarrerin mit einer Kreisvorstelle beauftragt für die missionarische Arbeit im ländlichen Raum. Das heißt, ich werde in den Pfarrbereichen Marlieshausen und Stadt Ilm neue Gottesdienstformate entwickeln und neue Angebote für Familien und Kinder schaffen. Und ich freue mich sehr darauf, mit den Menschen in den Dorfgemeinschaften zusammen neue Formate zu gestalten und ich glaube, dass in diesen Dorfgemeinschaften ganz viel Kraft und kreative Energie steckt. Und ich stelle mir das so vor, dass wir auf dem Sportplatz meditieren, gemeinsam beim Sommerfest beten und auch die Kirchenräume neu öffnen und nutzen können. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Ruhe und die Kraft und der feurige Geist, den Gott uns mit Jesus auch geschenkt hat, dass wir das neu umsetzen können und dass sich Gottes Wort dann auch neue Wege in diesen Formaten suchen wird. Darauf freue ich mich sehr. Danke. Danke.